hey leute willkommen bei bambino tv zu einem special denn wir waren heute für euch im moviepark in germany und haben dort zum teil spektakuläre shows und tolle fahrgeschäfte besucht zum einen haben wir hier die jetski show gesehen die ganz faszinierend war mit tollen jetski stunts wo wir leider keine videos von machen durften aber ein besuch war das allemal wert nach der spektakulären jetski show sind wir dann eine runde auf dem spielplatz mit dem neuen piraten schiff am center monica pier spielen gegangen und haben dort dann natürlich auch ein bisschen abkühlung gefunden denn heute war es hier bei uns in essen richtig heiß wobei der moviepark ja im bottrop ist aber das ist direkt neben essen danach sind wir dann auf die achterbahn gegangen wo wir richtig viel spaß hatten wirklich eine tolle kinderachterbahn einzig und allein die lange wartezeit von fast einer stunde hat uns in der prallen sonne zu schaffen gemacht trotzdem hat sich das allemal gelohnt denn mit ihren spektakulären kurven hat die achterbahn meinem sohn richtig viel spaß gemacht und auch das war es allemal wert ja nach der achterbahn haben wir dann noch die police academy polizei show besucht und auch hier muss man sagen wenn man im moviepark ist da muss man dieses dann show eigentlich gesehen haben denn das war wirklich spektakulär wie dort die polizei autos und auch die banditen den bandit sieht man hier oben auf dem dach was wieder alles gemacht haben das war richtig klasse und auch da haben wir ein kleines video für euch aber das war halt noch längst nicht alles wie die polizei autos dort gefahren sind und auch die banditen mit ihrem motorrad schaut noch mal was hier so alles los war wir haben auch noch weitere shows besucht und auch weitere tolle spektakuläre fahrgeschäfte aber euch das alles hier zu zeigen würde den rahmen sprengen trotzdem hoffen wir ihr hättet ein bisschen spaß mit uns im moviepark germany und wir hoffen wir sehen uns das nächste mal bald wieder und vergesst bitte nicht dieses video zu liken und natürlich könnt ihr uns auch kostenlos abonnieren tschüss bis zum nächsten mal hey leute ich bin's nochmal bernd blaulicht wenn ihr hier oben in der ecke auf unser symbol drückt dann könnt ihr unseren kanal kostenlos abonnieren und so verpasst ihr in zukunft keine videos mehr von uns danke und nicht vergessen drückt den knopf um uns kostenlos zu abonnieren